hallo leute herzlich willkommen beim moped sport heute nach langer zeit endlich mal wieder eine kreidler das ist eine eiertank kreidler eine k 54 baujahr 59 die nachfolgerin von der kreidler amazon die hat drei gang handschaltung und pedale also ein moped mit 40 km h zulassung und 19 zoll rädern lack ist nicht original die ist rot metallik mal irgendwann lackiert worden können heute nicht mehr feststellen wie der original lack war wir werden mal gucken ob sie läuft tacho stand 6.317 kilometer fängt an schnattert vor sich hin machen sie jetzt mal wieder aus wie gesagt schöner oldtimer baujahr 59 die gehört dem jörg aus herne ja und sicherlich heute selten so anzutreffen ich wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut